Die fertigen Torten kann man je nach Geschmack mit fließenden Güssen, Soßen, Gelees oder frischen Früchten einfüllen. Jedes Stück kann einen anderen Geschmack haben. Ein besonderer Vorteil dieser Technologie ist, dass die Stücke gleicher Größe sind und man sie im gleichen Maße einfüllen kann. Untertitelung des ZDF, 2020 Die eingefüllten Torten kann man mit selbstgefertigten Schokoladen und Karamelldekorierung schmücken, genau wie die Meisterkonditor des Sila Kaffeehauses das präsentieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Nun sind die Tellerdesserts an der Reihe, die die Menüs der Festtage förmlich bekrönen. Die Konditor zeigen uns drei Variationen, eine mit Erdbeere, eine mit Parfait-Torte und eine mit Früchten. Die Konditionen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020